Willkommen zu den Vibi News, der nächste Star Wars NFT Drop steht vor der Tür. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Frank Kozik Drop an, der so ein bisschen an etwas Asiatisches angelehnt ist. Ich persönlich finde das sehr, sehr cool. Und wir schauen uns auf jeden Fall noch die kommenden Drop Details für den heutigen Drop an. Und es geht auf jeden Fall nochmal um Spotify und NFTs. Das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin Stein Captain, dein Vibi Ujimi, den wichtigsten Vibi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle heute direkt rein, denn ja, meine Stimme muss ein bisschen geschont werden. Ich bin immer noch ein bisschen krank, deswegen let's go. Viel Spaß mit dem Video. Den ersten Drop, den wir jetzt bekommen werden, ist der nächste Star Wars NFT Drop. Und zwar sind wir nämlich hier fünf Poster am Samstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit. Und das Ganze wird hier zu Episode 4 gedroppt, beziehungsweise in New Hope zu dem Film. Und dementsprechend auf jeden Fall für jeden Star Wars Fan auf jeden Fall etwas, was man mitnehmen kann. Ich werde mich persönlich auch umschauen, wie die Preise dann so sind. Ich gehe davon aus, den Droppreis wird es wahrscheinlich so um etwa 30 Gems sein. Also relativ solide, aber nichtsdestotrotz denke ich trotzdem, dass viele der Poster unter Droppreis gehen werden. Jedenfalls die ersten drei. Und als nächstes haben wir den nächsten Frank-Kozik-Drop und das persönlich freut mich auf jeden Fall sehr. Der ganze Drop wird am Sonntag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit stattfinden. Natürlich wie immer im Blindbox-Format. Und hier sehen wir nämlich die Levit Mechas, so wie ich das jetzt hier verstanden habe. Und ja, vier insgesamt. Und so sehen die ganzen aus. Und es gibt tatsächlich auch schon Bilder von denen in Real Life. Dementsprechend können wir so ein bisschen jetzt schon spekulieren, was wir da noch auf jeden Fall sehen werden von denen. Ich gehe auf jeden Fall sehr stark davon aus, dass wir hier auf jeden Fall diesen Silbernen noch sehen werden als Secret Rare. Den Blauen hier drüben einmal noch. Vielleicht als Uncummon. Und dann hier diesen anderen Silbernen. Oder auch den Grünen zum Beispiel noch als Ultra Rare. Und den Roten als Common. Ich bin auf jeden Fall aber sehr gespannt, was du mir in die Kommentare schreibst. Beziehungsweise welchen du auf jeden Fall hier priorisieren würdest, den wir am Sonntag sehen können. Und ansonsten habe ich eine kleine Bitte an dich. Und zwar geht es hier nämlich um BlockBit. Beziehungsweise einen Antrag darauf, dass BlockBit sich mit der CSV-Datei, also das heißt dem Export von den Dateidaten von Vivi beschäftigt. Und wir damit im Prinzip unsere Steuern damit noch sehr viel besser abwickeln können. Mach das Ganze auf jeden Fall sehr gerne. Wenn du daran interessiert bist, auf jeden Fall auch keine Steuern zu hinterziehen. Dementsprechend, ich packe dir den Link unten in die Videobeschreibung. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir dafür weiter mit dem richtigen Teil des Videos. Und die nächsten Daten, die wir uns anschauen, sind nämlich die Dropdetails für den heutigen Drop. Und zwar nämlich dem Freitag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit. Und zwar sind wir nämlich hier nämlich die Encanto Characterseries. Hashtag 1. Das Ganze ist natürlich wie immer im Blindbox-Format. Und wir sehen hier einmal das Ganze als Anklammern. Die Mirabelle. Und das Ganze wird einen Listenpreis von 50 Gems haben. Und eine Editionzahl von 2.021. Also nicht gerade viel. Außerdem ist es natürlich die First Appearance. Anschließend haben wir hier auf jeden Fall Luisa. Das Ganze wird eine Rare sein. Und hier werden wir insgesamt 1.888 Editions haben. Und als letztes haben wir dann hier einmal Reese. Nein, Spaß, beiseite. Aber das ist Bruno. Aber ich muss sagen, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, das sieht 1 zu 1 aus wie Reese. Ja, ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass wir es hier nicht mit Bruno, sondern mit Reese zu tun haben. Jedenfalls Dropdetails hier sind 1555 Editions. Und als Ultra Rare. Ich persönlich werde mir wahrscheinlich hier diesen Bruno einmal holen. Beziehungsweise aka Reese. Denn ja, für mich persönlich ist das einfach ein zu gutes Meme. Als nächstes schauen wir uns auf jeden Fall einen Post von CZ an. Beziehungsweise dem Chef von Binance. Und hier geht es nämlich um Spotify. Und das ist jetzt tatsächlich nichts Vivi-spezifisches. Sondern einfach was NFT-spezifisches generell. Was auch vielleicht für Vivi sehr interessant werden könnte in Zukunft. Denn Spotify testet nämlich gerade, dass man für bestimmte Playlists ein NFT braucht, um das Ganze auch wirklich zu anlocken. Und ich persönlich finde das auf jeden Fall super interessant. Und ich habe tatsächlich witzigerweise auch gestern dazu noch einen Post gemacht, davor, was das Thema NFTs angeht. Und hier habe ich nämlich geschrieben, in the future you can do more with your NFTs than with your physical things. Das heißt, du kannst in Zukunft auf jeden Fall deutlich mehr machen mit deinen NFTs als mit deinen physischen Dingen. Wieso? Weil natürlich die ganze Welt sehr viel digitaler wird. Und mit einem physischen Ding, sagen wir mal mit einem Comic da hinten. Ja, das kann ich mir da zwar hinstellen irgendwie, meine Wohnung. Aber ich kann wahrscheinlich in Zukunft das Ganze, wenn ich das digital habe, traden. Ich kann das sehr viel schneller einfach benutzen. Ich kann mir das überall aufrufen. Oder zum Beispiel auch Eintrittskarten natürlich. Natürlich digital, NFTs mäßig. Oder zum Beispiel, wenn du ein Collectible nutzen möchtest als Eintrittskarte. Dann ist das halt einfach deutlich, deutlich flexibler. Und ich denke, da kommen auch noch so viele Sachen auf uns zu. Wie zum Beispiel jetzt hier diese Sache, wie gesagt, mit Spotify. Dass man ein NFT braucht, um eine bestimmte Playlist zu anlocken. Das ist eine auf jeden Fall sehr interessante Entwicklung generell hier, die auch Spotify an dieser Stelle testet. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise hier aber noch generell hingeht. Aber ja, im Prinzip kann man schon wirklich sagen, wenn man an das Digitale glaubt, dann werden sich definitiv auch NFTs durchsetzen. Siehe zum Beispiel hier das Thema mit Spotify. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir fürs Zusehen. Und wünsche ich noch einen wunderschönen Morgenmittag und Abend. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.